VSG haut ordentlich die Fans raus, das nächste geht auch online und zwar das Boss Gathering und wie immer, da brauchen wir keinen drauf. Also wie man auf dem Bild schon sieht, die Bosse sind anzutreffen auf Interchange. Für alle, die so ein riesen Fan sind von Interchange, wie ich in dem Falle, da werde ich das immer wahrscheinlich skippen. Aber für die, die Bock haben, alle Bosse sind auf Interchange anzutreffen. Alle. Lumanda ist auf Interchange, Reshala ist auf Interchange, Sanitar ist auf Interchange, Killer. Der Killer habe ich nicht gefunden, das stört man auch nicht, aber es wären alle da. Aber sie sind nicht in einem Haufen, sondern sie verteilen sich ein bisschen auf Interchange und eben mit dem Lichtverhältnis und dem Nebel, den es in Interchange geben kann, kann es wirklich blöde laufen. Naja, ihr werdet halt einfach aus dem Nebel aus erschossen. Also seid auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr in einer Challenge unterwegs seid. Und bei dem Tempo, das sie gerade vorliegen, können wir von Sonntag ausgehen, also rechnet mal mit Sonntag. Außerdem kommt morgen am Donnerstag um 9 Uhr der Trailer zu dem Patch 12. Also wir werden den Stream auf jeden Fall zusammen gucken, aber sonst einfach um 9 Uhr könnt ihr den Trailer auf YouTube gucken. Da sehen wir dann alles, was kommt, von BLG vorgestellt. Und das sind alle News für den Moment. Also, Daumen nach oben, man hört sich. Bye, bye.